Willkommen zu Let's Play! Evil Dead Regeneration! Oh, du willst nicht sprechen? Ja, war ja nur eine Frage der Zeit, bis du den wiederbringst. Ich kann das Spiel auch spielen. Niemand hier wartet von mir. Ich bin... Ich bin nicht hier. Hallo, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Zip! Die Lippe sind zippt. Weißt du, was ich spreche? Oh, großartig. Ich endete mit einem tot Mann mit Mami-Issuen. So? Goggy muss kaufen gehen. Jemand zu Hause? Oh, fuck! Rippie Chainsaw. Compression Release. Customized Tuned Pipe 50-inch Vented Titanium Blade. Just like the one in my dreams. Where have you been all my life? Ja! Awesome! So, wir dürfen gleich ausprobieren, oder? Was?! Yo! Hey, Shirook! Ich habe diesen Trumpen auf dem Lockdown! Ja. Du darfst ruhig in die Fresse auch kassieren. Heilige Scheiße! Das reicht mir schon wieder. Ähm. Ja, ja, komm schon. Ja, kannst du? Gut, passt. Ähm. Ich wollte doch gerade. Boah, die nennt Sauer. Wie viele Gesichter hat der eigentlich? Der Gegner ist irgendwie interessant. Hat man ja noch nicht. Ich kann hier wirklich die Theke zerlegen, oder? Hm. Vorführeffekt. Ja, die Dinger hier auf jeden Fall. Ach, wie geil ist das denn bitte? Ach, gefällt mir. Schön. Hinten lang. Was kommt uns hier entgegen? Sägespäne! Oh, schade. Ach, zu gut gewesen. Aha. Heilung vielleicht? Heilung vielleicht? Nein! Come on! Das brauche ich irgendwie gerade dringender. Na, schauen wir mal. So, wo sollst du denn jetzt tätig werden? Sag mal an hier. Ah, hier. In Ordnung. Gut. Dann mach mal. Ja. Oh, wow, 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 wow. Da drüben haben wir wieder jemanden. Dürfen wir wieder rummarschen. Yeah. Ach, wie geil. Gleich zu Anfang. Wir müssen ihn gar nicht bearbeiten. So, hier entlang. Brav. Du, 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 du. So, dann wollen wir mal. Yeah. Agro André. Eskalieren. Ich find's so geil. Kann er das doch stören? Da kann's wegmoschen. Yeah, immer mehr Spitz! Ach, wie geil ist das denn? Krasser Shit! Das hatten wir ja schon mal, aber... Der Anblick ist immer mal wieder ein Schmaus, ein Augenschmaus! Ach, das Ding ist jetzt auch weggesprengt! Schmierst du das? Wir sind in Rat-Country! Statt zu sprechen. Wir sehen, was passiert. Was? Gut. Fallschaden bekommt er auch nicht. Das sehen wir ja gerade. Aber er! Geil. Gut. Dann? Ja, was ist es denn? Könnt ihr mal bitte... Ähm, mein guter, mein guter, verpiss dich! Was ist es denn? Boah, was für ekelhafte Gegner! Okay, unsere Motorsäge... Ich würde den ganz schön zusetzen. Ähm... Was? Dies mit der Säure ist gar nicht so toll. So, geh du mal down. Schön. Ich kann grad ein bisschen Leben gebrauchen. Und nicht das! Schauen wir mal. Ja genau, Leben! Her damit, her damit, her damit! Immer schön! War's schon? Oh! Oh! Okidoki! Oh, noch mehr Leben! Wie ist es weg? Tun wir das nicht an! So... Wollt ihr eine Story über wie wir die Vigilität verloren haben? Hey! Oh fuck! Bitte komm nicht mit so nem Scheiß! Und die nächste Mal, wenn ich dich possessiere, will ich nicht heißen Kaffee auf deine Hände. Nein, wir wollen alle nicht wissen, wie er seine Jungfräulichkeit verloren hat. Ok, für alle, die hier noch englischsprachig sind. Ich übersetze hier viel zu wenig, glaube ich. Aber ich finde, meine englischsprachigen Kenntnisse nicht unbedingt ganz so üppig sind. Ja, ich verstehe ja im Prinzip, was sie sagen, aber das ist wirklich wortwörtlich zu übersetzen, ist mir nicht ganz so... bin ich nicht ganz so in der Lage. Ähm... Ja, hin und wieder könnte ich es ja mal probieren. Zumindest jetzt gerade. Er wollte gerade ein Gespräch anfangen, wie er seine Jungfräulichkeit verloren hat. Das interessiert uns ja so brennend. Und der Ash, der hat ihm versprochen, wenn er jetzt die Schnauze hält, dann würde ihm das nächste Mal nicht kochendes heißes Kaffee Wasser oder kocht heißen Kaffee die Hosen runterspülen. Also hinten rein. Das versteht ihr, wenn er sich bückt und so Sachen. Sowas kennt man mit Eiswürfeln. Oh Mann, was hab ich hier gerade irgendwie am Start? Keine Ahnung. So. Interessant. Die Wirbelsäule wird länger. Können wir jetzt hier runterspringen? Ach, das hier ist alles voller Wasser, oder? Warte mal, was passiert, wenn wir hier runterkommen? Warte mal, was passiert, wenn wir hier runterkommen? Ist das da unten dann weniger brutzelig? Ach, das Land ist wahrscheinlich nicht brutzelig, richtig? Ah, müssen wir kurz gucken. Hier. Da ist Land. Das heißt, wenn ich hier runterhüppe, ist es dann gut? Oh, fuck. Irgendwie hat es gerade voll krank abgespackt und dann, ja, ihr habt es ja selbst gesehen, aber war wohl nicht so gedacht, hm? Es ging viel zu schnell. Okay. Daneben nochmal hoch. Da. Ähm. Da. Da war es, richtig. Okay. So. Ich brauche einfach Leben. Es ist so krass, hier verliert man so schnell Leben. Ah. Oder geht es hier rein? Ne. Zu schön. Aufladen. Fantastisch. Hier runter. Gut. Kommen wir hier wo vorbei? Da ist schon wieder. Warum hat das in gewissen Sektoren so blöde Frame-Einbrüche? Oh. Oh. Ist in Ordnung. Ist ja eigentlich ganz logisch, nicht wahr? Und das Gebrutzel ist weg, oder? Yes. Finde ich toll. Und das heißt, wir können doch wirklich jetzt darüber. Okay. Sehr schön. Gegner. Das schreit ja förmlich danach. Nachdem ich hier massenhaft an Heilung bekommen habe. Was? Das ist jetzt nicht deren Ernst, man bekommt hier keine Heilung mehr. Das finde ich richtig fett unfair. Zumal ich mit dem Ding eigentlich schon längst voll bin. Oh fuck. Hallo? Mach mal open hier. Da drin ist bestimmt irgendwas Heiliges. Also im Sinne von, heilen können tun. Etwas das heilen kann. Nicht! Wenn du das spürst. Oh ne. Lucky for you. I know a thing or two about security. I'll have this baby hot-wired in no time. Ne, 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 ne. Give me honor, give me honor, give me honor. So, und du da? Kannst du nochmal was fangen? Was ist mit ihm denn los? Der braucht ne Weile um hier herzulaufen. Hehehehe. Ausweichen, ausweichen. Zack. Ja, ist gut. Spack du nur rum. Ähm. Fuck. Mögt ihr mal kurz sterben? Äh. Heilung. Ja, bitte. So, ihr brennt mal schön. Du auch. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Geh down. Ins Nüsschen, aufs Köpfchen, zweimal aufs Köpfchen. Das hört sich schon fast an, als ob ich mir gerade die Schuhe binden würde. Au, 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 wow, 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 wow. So. Geh, konnte ausgewichen. Ähm. Das ist mir gerade alles richtig fett zu hektisch, ganz ehrlich. Du gibst mir Heilung. So, du presst nochmal ein bisschen. Oh fuck, 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 fuck. Ne, ne, das nicht, das nicht. Ich, ich würde es doch eigentlich auf das Viech da anbinden. Schnapp es dir. Ja, komm. Sehr schön, gut hast du es gemacht. Ah, shit, 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 shit. Oh, ich muss gucken, dass ich hier wegkomme. Oh, 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 oh. Fuck, nein, kein Bock, kein Bock, kein Bock, kein Bock, kein Bock. Oh, 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 oh. Das ist mir grad alles viel zu hektisch. Oh, Herr. Puh. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Ich bin gleich down, oder? Ja, 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 ja. Bitte geh down. Gib mir Heilung. Das war ganz viel. Ja. Oh, shit. Ja. Hier bin ich auf jeden Fall geschützt von diesen Dead-Eyed. Oh, fuck. Oh, man, ey. Ja, ich weiß, irgendwie ist die Folge vorbei. Aber ich kann irgendwie nicht aufhören. Okay, das war irgendwie eine coole Aktion. Scheiße. Wie will ich denn die jetzt platt machen? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Gefällt mir sowas von ganz und gar nicht. Bitte Heilung. Bitte Heilung. Bitte Heilung. Oh, ja, 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 ja. Heilung, Heilung, Heilung. Oh, oh. Oh, oh. Mach ihn platt, einfach nur. Alles nur platt machen. Niederwald sind töten. Dahinten war Heilung. Fuck. Mann. Continue for safe. Wollen wir das noch machen? Ja. Mann, ey. Wo war man das letzte Mal? Haben wir da irgendwie ein Auto-Safe gehabt oder so? Hier. Ah, stimmt. Ah. Okay. Zu viel ist es auch nicht. Dann wollen wir mal. Aber Heilung ist echt rar. Das ist doof. Gerade an der Stelle, wo man viel, äh, ja, Heilung, Leben und so weiter braucht. Können wir von hier aus vielleicht sogar schon. Ich hätte so gelacht, wenn er jetzt einen Stromschlag bekommen hätte. Vorzüglich. Das rockt mir jetzt, das Ding. So lange nehme ich auf. Und wenn ich doch verrecken sollte, dann mache ich einen Cut. Nee, das muss einfach sein. Das kann ich mit meinem Ego nicht vereinbaren. Das muss in der Folge erfolgen. Im wahrsten Sinne. Genauso. Das ist so fies. Warum ist das keine Heilung? Krasser Scheiß, echt. Gut. Viechern Schach halten. Wir ballern. Machen, tun, klar. Okay. Was ist eigentlich hier hinten? Der letzte Spirit in that shit over there. Da drin ist Heilung. Glück für dich. Ich weiß ein paar Dinge über die Sicherheit. Ich werde dieses Baby aufhören lassen. Ich werde das Baby aufhören lassen. Ich werde das noch nicht mehr Zeit haben. Okay. Ich renne hier hinten lang, wenn es mir noch zu brenzlig wird. Hahaha. Oh, 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 fuck, 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 fuck. Ja, ähm, mach mal. Damn, hier. Ah, shit. Ich hüpfe auch noch voll rein, hey. Gott, mein Lebenspunkt der, äh, Dingensplan Meter sieht echt kacke aus. Du gehst down. Du gibst mir ganz viel Heilung. Das ist das Beste, du hast. Ja, genau, damit kann ich die Leute eh unterbrechen. Ja, die sechs Viecher. Und du gehst down. Vielen Dank. Mit Heilung. Ja, 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 ja. So, du brennst bitte. Heilung. Einfach mal weg, einfach mal weg, einfach mal weg. Weg, 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 Ash, weg. Oh, fuck, ey. Ich brauche mächtig, mächtig viel Heilung. Nein, 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 nein. Gott, das ist echt zu heftig. Kannst du bitte auch schalten? Oh. Der regeneriert sich ja auch nicht. Aber ich kann hier hinten zumindest die Viecherblatt machen, die mir Heilung geben. Ja, ich bin fast empfiegt. Das gibt mir... Ist es fies oder ist es fies? Leute, das darf echt nicht wahr sein. So, komm. Spring hier rein und kommen die Viecher hier nach hinten. Ja, komm schon. Hey, ich habe vorgelegt. Oh, du. Explodiere. Und bleib da. Das macht dich so, wie ein großer Mann? Ja. Du solltest besser sich um dich zu tragen. Kommt her. Komm schon, schneller. Ich brauche dich. Oh, fuck, fuck, fuck. Neben? Oh ja, danke. Schrei du nur rum. Ah, shit. Das war gerade nicht möglich. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 oh Gott, mehr kann ich echt nicht bieten. Das ist, das ist, oh. Müssen wir leider in der nächsten Folge machen, tut mir leid. Yeah, already then.